Jans und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Ich habe mich jetzt doch entschieden, nochmal eine weitere Tour zu machen. Nämlich hier von Oxnard nach Santa Maria. Möbel, 28 Pfund von Walmart nach Sale Goods. Das ist nicht eine allzu lange Strecke. Da hört sich das Ganze auch ganz gut an. So, da sind wir auch schon. Wieder mal bei Nacht. Es ist 9 Uhr abends. Wir haben hier einen Walmart-Auflieger. Also ein Walbert, okay. Da sieht man schon, ein paar Mods funktionieren nicht mehr ganz so gut. Ähm, ja, 100 Meilen gerade mal. Also nicht allzu weit. Nein, jetzt habe ich mich wieder anders hingesetzt. Jetzt sind die Spiegel wieder ziemlich schlecht eingestellt. Die muss ich noch kurz einstellen. Wenn ich hier ungefähr gerade bin. Ganz kurz machen. Sonst sieht man wieder gar nichts im Spiegel. So. Besser. Wir fahren hier mal rechts rum, weil es da noch etwas zu entdecken gibt. Und ein vierter Entzug. Turn right. Recomputing. Können wir gleich noch etwas aufdecken hier. Na rechts ist ein LKW-Händler, glaube ich. Jetzt Friedliner. Muss ich da auf... Ne, muss ich nicht. Eigentlich wollte ich gerne einen Tankertruck mal fahren. Also einen Auflieger. Mit Benzin oder sowas. Allerdings gab es da nichts... Gab es jetzt da nichts, ähm... Ja, Neues, wo wir jetzt noch nicht waren. Daher dachte ich mir, nehme ich doch das hier. Das führt nach Santa Maria. Da waren wir noch nicht. Und wie gesagt, Kalifornien wurde überarbeitet. Von daher ist das Ganze natürlich spannend zu sehen, wie es jetzt aussieht. Das sah knapp aus. Bei dem Force Flipit Bigback habe ich auch noch mal was ein bisschen umgestellt. Habt man vielleicht gerade ein bisschen gesehen, das Lenkrad wackelt jetzt mehr vom Motor her. Das sollte alles ein bisschen stärker sein, was auch immer jetzt hier los ist. Wir haben Grün. Weird. Und ich habe auch in den Einstellungen gesehen, da gibt es auch noch neue Einstellungen für das Force Feedback. Die bei der 1.50er Version reinkommen. Allerdings sind ein paar Sachen noch ausgegraut. Also die kann man nicht auswählen. Aber mal schauen, was da noch dazu kommt. Hat, glaube ich, irgendwas mit der Intensität zu tun, mit ein paar Dingen. Weil mit der Leck kann man ja beim Force Feedback ziemlich viel einstellen. Um das wirklich so anzupassen, wie es einem gefällt. Oh, shit. Junge, Junge. Und der fährt über Rot. Good. Okay, why not? Und wir werden ihm fast reingefahren. Jetzt sieht man, wenn ich das Lenkrad nicht anfasse, wackelt es ziemlich stark von der Vibration des Motors. Ich weiss gar nicht, ob das auch ein bisschen unterschiedlich ist von den Trucks her. So, ob man jetzt, ob es jetzt mehr wackelt, wenn man in einem älteren Truck sitzt. Müsste ich mir mal anschauen. Spannend zu wissen. Jetzt gleich hier vorne mal links. Auf die 101 wieder. Heute haben wir ein bisschen die rote Welle, richtig, das aussieht. Duncan. America runs on Duncan. Und grün. Leider ist der Truck hier nicht allzu stark. Also, man merkt, er kommt nicht so gut in die Gänge. Ich glaube, hier wieder so ein riesiges Autobahnkreuz. Da sind wir aber auch schon drüber gefahren, wie es aussieht. Gut, lohnt sich nicht. Fangen wir jetzt erstmal ein bisschen die Strecke rückwärts, wie wir gerade gefahren sind. Das ist ein bisschen die Strecke rückwärts, wie wir gerade gefahren sind. Ich würde jetzt wahrscheinlich bei Tag ziemlich schön aussehen mit dem Meer hier links. Und so sieht man leider fast gar nichts. Alter. Ich finde es immer ein bisschen heikel, wenn so viel Body Roll besteht, dass der Truck plötzlich irgendwie umkippen kann. Und wenn wir es dann bemerken ist, ist es schon zu spät. Sehr cool hier mit dem Zug rechts. Also, wenn man unter der Autobahn hier durchfährt. Und es dann links. Ich bin jetzt da. Da, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Und da, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier bin ich. Sollte Irgendwas ist da vorne los? Ah, die können sich hier nicht entscheiden. Da ist zum Schluss, die fahren, kriegen sie ja nicht in Amerika. Ist ja gut, ich weiß, dass hier links was ist. Komm schon, fahr vor mir endlich. Alter, das ist nervig. Ah shit, ein guter Unfall. Er hat seine Ladung verloren. Wahrscheinlich die Tür nicht ganz zu gewesen oder sowas. Wir sind auch schon gleich da noch 11 Meilen. Ging jetzt ziemlich schnell. Kann gut sein, dass ich auf diesem Highway hier auch schon gefahren bin. Also wir eben nach Los Angeles gefahren sind. Santa Maria sind wir zwar nicht durchgekommen, also wüsste ich jetzt nicht. Aber wir sind durch Santa Barbara gefahren. Und ich glaube, das liegt so ungefähr auf dem gleichen Weg. Das ist jetzt auch wieder, ähm, ja, schwieriges Halbwissen. Aber davor ist auch irgendwas, Santa Maria. Da wurde wohl einer angehalten von der Polizei. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Wie es aussieht. Ah nein, es ist die Feuerwehr. Sieht cool aus in der Nacht mit den Lichtern. So, dann hier von rechts und dann gleich wieder links. Okay, da rein. Okay, da rein. Here we are. Safe and sound. Yes, yes. Und dann gleich hier den ersten Parkplatz. Diesmal zum Glück, ähm, auf der Fahrerseite. Backup auf der Fahrseite. Aber 90 Grad. Also könnte doch auch interessant werden. Jetzt haben wir genug Platz, wie es aussieht. Jetzt haben wir genug Platz, wie es aussieht. War ein bisschen zu viel, aber es sollte noch korrigierbar sein. Okay. Schaffen wir vielleicht sogar im ersten Anlauf. Ja, nicht ganz perfekt, aber das reicht für hier. Perfekt. Sehr schön und wieder abkoppeln. Sehr gut. Ist nicht viel, aber besser als gar nichts. Und dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!